Na, Schatz, fängst du gleich eine Tasse Kaffee mit, ja, ne? Danke, nein. Was? Hier, hör mal, der Kaffee, der ist ohne künstliche Dünger angebaut worden. Die Erntehelfer sind fair bezahlt und die Dose, die ist zu 100% biologisch abbaubar. Ich bin begeistert. Ja, okay, der Geschmack von deiner alten Marke war schon besser. Aber selbst der Transport von Südamerika hierhin, 100% ökologisch, also so ohne Flugzeuge und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn diese scheiß Lama nochmal auf den Boden kackt, werfe ich die alle raus. Und nicht dazu.